Ruhe für unsere tapferen Streitkräfte! Auf den Sieg! Mitten in Frankreich steht der Feind. Verloren sind alle Länder bis an die Lohrach. Wir kämpfen gegen einen mächtigen Feind, der uns zahlenmäßig überlegen ist und eine hohe Materialüberlegenheit hat, der aber tausendlich damit entfernt ist von den Menschen, die menschliche Würde besitzen. Zeigt es! Lasst die Besatzer wissen, dass sie es niemals schaffen werden, Orléans in ihren Besitz zu bringen. Niemand kann uns, die Franzosen, davon überzeugen oder uns dazu zwingen, unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität aufzugeben. Wir betonen, dass nicht Frankreich den Weg des Kriegs gewählt hat. Sie bringen mich um, Mann! Kein Wort mehr! Nicht weichen und nicht fangen! Nicht weichen und nicht fangen!